Herzlich Willkommen bei meiner neuen Folge von Half-Life Opposing Force, hier unten steht es auf schwer. Wir drücken hier einen Knopf, wir sind ein Black Mesa und haben... Klapp leider, wir drücken den Knopf. Ich habe wieder meine eigene Mus- Oh, neues Kapitel unter Feuer. Ich bin froh, wie ich ihn los bin. Tugungseinsätze für Sachen, die die Regierung verborgt hat, standen am... Roger, alles klar! Äh, wow! Ich stehe aber ganz schön unter Strom heute. Wir haben Leute, die von uns. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Ich hab ein Ü... Ich bringe Sie in 0,X hier durch. Martin, Ruhe jetzt! Wir sind Corporal Adrian Shepard im Auftrag der... Marine Corps... Im Auftrag der USA... ...um Black Mesa Personal zum Schwangen zu bringen. Bäm! Jetzt drehen wir die Tür ein. Dieser Einsatz ist ja wohl das allerletzte! Das stimmt! Oh! Sauber! Ich glaube, ich kann da hoch. Hier könnte man sich echt leicht verlaufen. Den Rest von meinen Platoon gesehen? Was? Äh, Roger! Ja, hier oben. Kommt man durch. Da hüpfen. Da hüpfen. Da hinten ist nix. Äh... Oh! Was? Ich hab irgendwas gehört gerade. Na egal. Wenn mich doch bloß Drills Haaschen-Bahn-Sitz sehen könnte. Kenne ich nicht. Hm, egal. Wir holen unsere Leute ab. Was sind die Worte? Wie... 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 Na klar. So produzieren wir mehr Schrott. Wie... 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 Kommt hier? Wie... 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 Also ich bleib erstmal hier... Also ohne die... ...situation sieht ziemlich böse aus. Wie... ...komm ich dir... schlecht vorhanden kommt rein, leg! Los! Rein! Magge! Willst du? Ich bleib hier und war zu befehlen! Ui! Ui! Ich hab ein übles Gefühl, was diesen Einsatz abgibt! Der wäre nicht durch! Dann nehmen wir nur Day mit! Wollen wir noch jemanden laden? Mhm, mhm, mhm! Man kriegt sich schnell umgeballert, aber sie sollten eigentlich treffen! Ne, was? Gute? Ne! Okay! Waffen! Aufklärungsthemen! Meldens! Meldens! Die Situation sieht ziemlich böse aus! Viel Spaß! Ha! Ha! Getroffen! Tja! Das müssen wir besser machen! Okay! Melke! Das haben wir besser gemacht! Was zum? Was ist das? Scheiß, die waren dann! Tja! Vertuschungseinsätze für Sachen, die die Regierung verbockt hat, standen aber nicht in meinem Vertrag! Gebiets sicher! Los, los! Gebiets sicher! Los, los! Okay! Hups! Achso! Ich hab was falsch gemacht! Geil! Da brauchen wir wohl bessere Geschütze! Scheiß! Gebiets! Gebiets! Ich habis noch ein bisschen mehr. Ich hab' da raus! Gebiets. Ist er schon tot? Wann denn? Feigling! Noch einer für die Pfanne! Okay! Dann mach' ich halt alleine, weil... Gebiets! 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 So. Zeug er! Ja, da sei er wieder! Aber die Pistole ist doch eigentlich ganz nützlich! Jetzt muss ich diesen Job bekommen. Ich habe ein übles Gefühl, was diesen Einsatz angeht. Es ist ganz nach meinem Geschmack. Ja, deine Waffe hätte ich gerne. Ich habe nur so eine billige Modifikation hier. Ich brauche Pistole-Munition. Ich brauche alles. Oh, ich glaube, die bombardieren schon. Mann, wenn wir hier lebendig rauskommen, gebe ich euch eine Runde Bier aus. Quatsch! Ich kaufe die ganze verdammte Bar! Wegen das hier... Mitarbeiter des Monats. Gordon Freeman? Ja. Sieht das aus, ne? Ja, das ist er. Darf ich husten? Ich bitte darum. So, besser. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Ich glaube, wir müssen sich hier lassen. Ich habe ein übles Gefühl, was ich hier einladen kann. Ich habe ein übles Gefühl, was ich hier einladen kann. Da auch. Hier hin. Kaputt. Und... ... 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 Taktisch abangehen. Oh. Entschuldigung. Da ist er. Dort. Was? Noch einer? Oh. Krank. Jetzt geht's los. Laser. Elektrizität. Blitz. Leitung steht nur nach Spannung. Oh, das tut gleich richtig weh. Sprung. Ich hab's geschafft. Cool. Klick. Oh, geil. Sogar noch die gute. Jetzt geht's wieder besser. Oh, schon wieder so ein Funkrecht. Geh mal. Wir können nicht genug Leben kriegen, ey. Hören wir uns mal an, was die zu sagen haben. Mayday! Mayday! Hört mich jemand! Hier ist Tango Charlie 409. Werden angegriffen. Wiederhole. Black Ops sind in die Basis gekommen und haben das Feuer auf uns eröffnet. Bitte sofort Verstärkung schicken. Ende! Black Ops? Offenbar hören wir uns nicht mehr. Wir ballern wieder aus allen Rohren. Und suchen wir uns einen Weg. Irgendwohin. Die Situation sieht ziemlich böse aus. Ja, das muss ich sagen. Ich denke mal, wir sollen da hoch. Wir sollen doch an die Oberfläche. Kann das sein? Mann, ist das schön, noch jemanden in Uniform... Shepard! Was zum Teufel machen Sie da unten? Also wir müssen weg hier und zum Ausgangspunkt beim Lambda-Sektor. Mit ein bisschen Glück erwischen wir Freeman auf dem Weg dahin. Äh, das Transit-System sollte uns eigentlich hinbringen. Aber die Türen sind absolut zu. Verdammt, wo sind die verdammten Pioniere, wenn man die mal braucht? Wie wirklich? Ja, das passiert. Vielen Dank.